Die hier zu erwerbende neue Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich in Berlin-Alton Schönhausen. 2014 wird das Wohnhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Die Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 61 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 205.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.